Tasi sein für den ersten. So. Ah, da war ich. Schön auf Kamera, siehst du? Du auch. Schön in die Kamera gucken. Jetzt sind so die Barsche ungefähr so 30er. Hm? Jetzt sind die ungefähr so 30er Barsche. Die sind jetzt 3-4 Jahre alt. Die wachsen schon schneller als die Flussbarsche. Bumm, der ist durchs Kraut gesaust. Bumm, der wirdschaun. Die Flusskripp. Bumm, der wirdschaun. Die Flusskripp. Bumm. Uiih! Ui! Hup, und der Kieser. Das war jetzt blöd. Bis zum nächsten Mal.